Guten Tag alle, was schien das von dir. Ich habe versprochen, ich wollte das Video zu merken, wo ich noch ein bisschen von Papa reden wollte und das wollte ich proben, von dir vorzubringen. Mein Papa konnte mir denken, er hat in Mexico, in der Stadt, in Uren, in Klocken geschafft. Dadurch hat er sehr viel Arbeit. Er war nicht sehr viel Thys und er meinte, dass Mama und die Kinder alle arbeiten mussten. Er hat eine Kau zu schaffen, die Stahls ausmessen. Der Kau-Stahl war meistens mit den Jungen ihre Arbeit und bei der Heuner-Stahl konnte mir denken, dass wir alles wie ein Jahrhundert haben, verhabe ich. Und wie gesagt, ich habe meistens mit dem Schlupen getan. Aber wie alle sind, wir kriegen Eier und immer noch eine gute Hohensbrotten und das schmeckt schön. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal jetzt dann, er verhäppten den ganzen Tag immer, wie wir heute wieder fährten Drog mit Waschen und dann meintet die Wascherebe-Rüte, dann waschen. Und mit dort den ersten Tag überklären und dann, wenn der Wasch dann nicht drich wird, dann meintet die Praßen. Und der Praße ist es, der muss dann einmal am Halt oben abwäumen, weil ihr alle wollten. Und dann folgen die Leute am Praßen dort, dort hat sich noch ein bisschen was ihr wollt, bis ich. Von der und nach ist es viel leichter mit diesen Praßen. Und ich spürt sich so die folgen, die Höhlen und 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 die Höhlen. Vielleicht konnten wir bloß nicht ganz geschert denken. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder noch einmal die Lumpen reinmachen. Und die mussten ganz blitzend blank sein. Dort machen wir das Geld wieder. Und dann die Abfälle waren. Und dann die Reitmärken für den Werk. Und dann fährt man mit Gileser dort, wo du einschließend, dort die Börter können merken. Und dort gibt es eine schöne Börter. Und bei einer wie schön mit. Und dann können wir nach denken, Färten wie ein kleines Erster da, die dort wie ein bisschen schlimm ist. Und der muss für so Säuer Färten in Tinger werden schädeln, dass der nicht so schlimm wird. Und ich glaube, Aber wir mussten dann einmal solche Sachen schließen und nicht einmal rohlen. Ich wollte, dass es nur ein Klipp ist. Ich wünschte immer den Schwal. Einmal muss es nur ein Klipp ist. Aber wir mussten uns nur ein Klipp ist. Aber dort könnten wir noch gut denken. Das ist nur nicht so schlimm. Und dann könnte ich mir denken, wie es da kommen wird. Meine Eltern sind nicht so, wie wir in Kanada gehen. Und ich war jung. Ich konnte mir nicht ganz alles denken. Aber ich wusste, wie ich anfange auf die Basis. Und dort war ich so schädlich krank. Und das stinkt von das Gas. Ich konnte mir bloß denken, dass ich wieder krank war. Und mir ging das nichts nicht. Wir waren bloß nichts, dass wir in den Bogen waren. Aber dann auf einmal, wie wir unterstehen. Wo wir dort fertig waren. Wo meine Papa sich hier angekommen. Dort wollten wir uns dann alle nachher prämen. Und dann wollten wir uns heute nach Kanada gehen. Ja, dort waren wir 14. Mit 15 Menschen. 13 Kinder. Und dann meine Eltern. Und dort mussten wir uns dann alle nachher quatschen. Ich wollte sagen. Ich kann mich nicht denken, dass wir uns gegründet haben. Oder uns schlafen. Wir freuen uns immer. Aber ich wusste nicht, wie wir alle nachher prämen können. Aber ich muss sich nicht so beschnallen. Und das schlafen alle. Und das schlafen alle. Wir denken, wie viele Menschen. Wir quatschen uns zu lernen. Denn wir müssen einen auf den anderen legen. Das wir alle denken. Die Knochen müssen wir dann ganz dicht beäumen. Oder die alle ganz kreuzig und kreuzig. Das schlafen alle. Ich weiß, wir haben alle gequatscht. Und so haben wir geräst. Und da haben wir meistens die Dage nach. Was wir fahren. Einzigmal. Da haben wir einen kleinen Stil. Dann müssen wir alle an der besten Stil sein. Dort können meine Papa sich einen kleinen Stil verheben. Die kleinen Stil verheben. Und dann können die Ware wieder fahren. Aber danach fahren. Dort kommt mir noch so ein sehr gut zu denken. Wenn wir in der Stadt fahren. Und so. Und die Lichter. Die Dagen. Dort interessiert uns alle so. Das wäre wunderbar. Wir sind wie wir nicht gewandt. Und das spät sich so sehr weltig. In eine ganz neue Welt. Und dort könnte ich mir denken. Dort denkt uns, dass wir alle geräsen können. So schön. In Stil haben wir zum Eten. Wir hatten immer Schimix-Warsch. Und drei Küken mit. Und dann noch ein bisschen Andertfleisch. Was Mama hat gebrot. Schinkenfleisch. Dort schmeckt auch immer so sehr sehr schön. Ich glaube nicht. Dass ich hier. Jemals her Schinkenfleisch geschmeckt. Hier in Kanada. Was so oft geschmeckt. Das dort, was wir da hatten. Nur dort bange ich mich nach. Gaut. Dort wir sehr 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 gautet. Aber wir freuen uns Gaut. Und wir hatten Geschichten gehört. Dort hier in Kanada. Wir haben Menschen sehr sehr gautet. Alle. Und dort hieß ich so. Dort geht dort was an Bäumen. Und wir freuen uns. Wir dachten so. Nü. Wurde wir alles haben. Was uns fehlen. Und dann vielleicht noch mehr. Aber dort geht nicht lang. Wissen wir hier. Dort warten wir sehr schön an. Dort haben wir gut gehört. Und das hat uns gesagt. Da muss sie schön verdauen. Und dort haben wir gedoen. Wir haben sehr gut geschafft. Wir haben abgestabt geschafft. Pferden von Marius Bad Oewend. Bastista Fierten. Wir haben viel Arbeit gelegt. Wir haben Gürtchen geplagen. Backeljean. Und Pipperschalten. Apel abgelöst den geplagen. Und dann nach Karin abgelöst. Dort würde ich mich kunden denken. wieder in alles, was dort zu finden wird, dass wir Geld machen und leben bleiben. Wir haben ein paar Säuerpräste Häuser gewohnt, damit wir denken, mir steht, wie wir hier nicht in den Winter, wie wir in den Trenu-Mexiko waren, mir steht bloß hier in den Sommer. Aber der Winter ist, was wir hier sehen, ich kann mir denken, dass einer wie uns immer ein bisschen kalt wird, dass wir ein Präste Häuser, das spät sich ein bisschen immer so, da war noch ein bisschen Wind geöffnet, dass die Häuser noch durchschrauben. Aber dort haben wir es, wir haben immer geschloppen, wir mussten uns dann bloß seine Färten bemummeln, dass wir warm genug werden. Aber wir haben leben geblieben, das haben alle geschafft. Und dann, wir hatten dann nicht ein Warm, wir hatten dann eine Waterpump, so dass hier dann, die Mäste wurden dann dort gewarnt, wir hatten Bären nicht Water, so dann mussten wir dort einmal gehen und pumpen, und dann anbringen, in Abwärm, damit wir genug haben, damit Mämmen können äten, oder dort für uns noch können Boden. Und bei Boden, einmal der Werk, das fehlt ihr nicht. Und dann die Mäste, und dort selbst geht Water, nicht die alle, aber ich glaube, holl von Hall vielleicht, ich weiß nicht, aber ich weiß, grundsätzlich will ich nicht, dass wir so, ist das wir, und das wir wie gewarnt, und dort muss wir dann, und dann einmal der Werk dann, sachen vielleicht, und gaudet, stiebe Chips merken. So stiebe, einstieg mal, das glaube ich, uns, hat nur Knäisen geloten, und, stiebe, so marschig sei, die erste Nacht, hat wir einstieg mal, ein bisschen schwer schloppen durch, wenns, dort, wie so ein, stiebe Knoppen, da am Kopf. Aber das soll von der Werk, äh, 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 so muss wir dort dann. Äh, und, äh, mit wie wir, äh, soja, soja färgen. Soja, haben wir schärfen, dass wir nicht, äh, ab, äh, 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 wir haben geschloppen, geäten, äh, und geschäuft. Färten sei ja, der Reihen, wo ihr tun, opa, momen, pappen, sehnen, dann, immer, dort wird alle, äh, 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 und dort fährt uns die Gräse, dann können wir nur dort ein Stück mal und da wie ein Stück, wo wir dann nachher gehen, da haben die kleine Papierlöschchen, die Brüner, und dann können wir uns die da nehmen und dann können wir uns dort abfällen mit Kernden und Schipps. Kernden und Schipps, das interessiert mich nicht aber sie sagen, aber da haben wir Schäkletz und was ein. Lied hält mich vor, wenn ich dort ein Stück ist wie Bern, meine ganze Lüsch, die wir von Schäkletz. Die haben da gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Feuerkontje klappt, es wird ein Dreikontje, ich weiß nicht. Kleine, aber da haben wir so ein schönes Schäkletz. Ich habe mich so sehr vollgemaßt, aber meine Lüsch ist die Fall, dass die Senden, die ich habe, die verbraucht und die Schäkletz. Und dort habe ich mir immer so sehr, sehr, sehr schön geschmeckt. Ich glaube nicht, dass die Nüse in der Schäkletz ist, aber meine Jungs hat es so schön geschmeckt, ist dort. Da bin ich mir noch, in der Sende habe ich, äh, alle, voll lange nicht gefunden, ich wollte nicht, dass sie da nicht mehr merken, wo du mit euch hast, spät sich so, wenn einer was findet, fängt er auf einmal hostig zu essen, hier in der Atme zu merken. Und da bin ich mir noch, aber ich weiß nicht, ich kann Ihnen also, wie gesagt, Schäkletz schmeckt mir irgendwie schön. Aber dann kann ich mir auch noch denken, ich kann mir eine ganz erste Männchen äten. In der Metzger hat wir niemals nicht eine Männchen gekämpft. Meine Mutter hat mal in der Stadt gefahren, Papa kauft auch eine. Und wir kriegen dann die Schal, die sie dreibringen, und das schmeckt doch schön. Das macht uns an, und das geht uns ganz ab. Und bei der erste Männchen, und bei der dort wird niemals vergeten. Das schmeckt mir schön, Opa, jammerlich. Ich will sagen, das spät sich so, wie wir schämpflich sind. Da haben Mama und Papa noch mal in den Utrecht gefahren, und da hatten sie eine große Dauzendfall, und dann brauchten sie so ein Haus. Und dann können wir uns dort essen. Opa, wir haben Bananen gefräten, dort 100 Jahre. Wir haben Bockweidee gegeten, und wir haben, oh, ich weiß nicht, was das nächste Dach aufgegeben hat. Opa, wir haben Bananen gegeten, und da schmeckt auch so geräsen so schön. Und dann einzig mal waren wir dort auf den Stab schaufen, und meine Papa können sagen, dass wir ein guter Werk haben, zum Schaufen. Und da haben wir ein bisschen überbliefsel Geld, und wir haben Geld geschauft, und dann brauchte er uns einzig mal zu essen, und dann brauchte er noch mal eine große Hundsbrot, die wir dann KFC haben, und wir wollten vielleicht Kentucky Freude schicken, so dass sie dort dann nennen deuten. Opa, ich war ein, wir haben geholzt, und ich weiß nicht, ob wir heute immer gefräten, aber wir freuten alles ab, dass wir nicht in Träumen in der Dauz immer geblieben, nicht mehr, nur eine schmutzplatte, dort haben wir da alle ausgelegt, und gesappt, und die Dauz, die wir ganz rein, das waren wir da auch nicht gewaschen, aber. Das schmeckt aber marschig so gut. Und dann einzig mal, wenn das so sehr, so sehr heute Dach wird, dann braucht es uns noch Eskreme, da wird eine Sorte, was wir alle gleichen nennen, und heute werden dann immer noch mal an heute Dach, da wird uns noch mal nur wegführen. Können wir uns da ein bisschen aufschauen, und die Beine ein bisschen aufdrucken, und bloß zum scheuen gehen, und schliesslich, aber wir seht immer, wie sollen Mama dort nicht sein. Woran wollte ich nicht, aber wir deuten auch nicht, wir wollen uns da bloß gar nicht verdorben. Dann hört euch einmal ein Ding, was heute da ist, und dort freut mich nur noch einmal, und ich weiß nicht, woran heute das da ist, ob wir zur Arbeit fahren, oder in der Stadt fahren, dort auf dem Wach, da wird immer eine Säure dort beschlossen. Und ich weiß nicht, woran wir sehen, wo wir dann auch von den Kindern, das war das erste, dort wird Säure dort beschlossen, und seine Säure dort beschlossen, und er kriegt dann immer einen Säure, und ein bisschen scheuen, aber ich weiß nicht. Freude dort, wo uns dort, und dort weiten wir dann, in Lübe, und in der Welt, wo alle uns hier sind, und dann kriegen wir alle scheuen, aber das ging scheuen. Und dann habe ich auch immer eine Sorte Hauskunde, was heute in der Pfub hat. Dort können wir auch immer sagen, dass die dann am besten auftreten, und wenn wir heute gesagt haben, dass ich heute gekauft habe, dann freut wir uns dort noch, aber dann haben wir uns dort gesagt, wie wir uns erst Geld zu wählen, in den Häusern, damit er dort zu hören wird, wie uns fehlt euch. Und dann haben wir uns dort gehört, und wir haben gehaust, und gehaust, und gehaust, und dort freut mich einmal, wenn er uns gut gelacht hat, und dann kriegen wir alle ein Hauskunde. Aber so viel gehen wir dort nicht lang, dann wird er auch ganz, ganz ladig. Und dann hat der Freude war dann eng, aber das ging ganz scheuen. Das sind viele andere Gedanken. Ich konnte nicht alle hier noch passen, und ich wollte nach ein paar Jahren hier in Kanada, wie es für dich werden, dann kauft meine Papa sich ein Bilderkosten. Dort will ich dann bloß nicht einmal wissen, ob wir uns sind und so etwas. Dann, wenn wir uns alle können, stattdessen zu sein, wir haben es schon geschafft, dann können wir einen Film watchen. Und was heute kommt, dass die gleiche Zeit, dass wir dann einen Kaboifilm, und dass die Leute heute bei den Ernstern, ihre Gunsmoke, ich weiß nicht, das hat sie immer bereits bekannt, und dann wieder nach einem Film, was von Spalwia, dort hat sich dann gemütlich gehalten. Was von Ihnen wird, die dort vielleicht auch denken, ich weiß nicht, aber dort werden wir dann auch schreien, und freut wir uns doch immer. Da werden dann beste Dinge, die wir uns dann können freien, weil wir schon schwer geschafft haben, und dort haben wir alle ihr Geld gegeben. Wir sind nichts nicht, Leute, die wir haben müssen so schwer schaffen. Dort haben wir uns Geld gelebt, und diesen Tag, ich glaube, wir schaffen alle schwer, und wir sind alle dankbar dafür. Und dort haben wir uns auch so sehr taub gebringt. Wir sind alle, wenn wir taub kommen, wir haben so sehr schöne Tiden, dort geht an so sehr schön, wir können in Irrenshaftig sein, und wir können auch gut spaßen, in Lachen, und ich rede in meiner Familie, bloß mache ich so sehr viel. Mir geht nichts nicht mehr, dass wir mit meiner Familie taub sind, in Nobern, in Lachen, in Eten, und dort werden wir dann dort, wenn wir taub kommen, und wir gehen dort nach einer vierten. Dort, wir machen ihre Wälder, und wir sollen nie nicht abhören mit taub kommen, und dort haben sie geholen. Und jetzt ist es so schön. Und dort sind andere Dinge, wo einem dann nicht so erfreien, dort wird immer nicht so gut gehen, aber dort muss einer dann bloß vergehen, wenn sie dort halt nichts nicht verhebten. Die Eltern sind gestorben, dann dort nach vierten überreden, dort würde nichts nicht halten, und dort ist bloß vorbei, oder? Und eine Mutter von vergehen und dort alle vergeben, wenn sie leben ist so. Keine Mensch hat immer in ganz gräsem, so entfernt leben, dort sind schwere Tiden, dort sind ferne Tiden, und so lebt einer dann durch. Aber einer möchte bloß und denken, das Leben kann nicht immer schön gehen, dort ist gut so gemeint. Aber dort ist ein von meiner Schicht von dir, und das ist so sehr viel, wenn einer schon gräbeln, da ist so viel mehr. Aber dort kommt einer dann, aber da kommt einer dann, geht nicht nur. Das würde ihnen bloß ein sehr langes Video geben, und das ist ein einziges Mal vielleicht auch ein bisschen zu lang für einzige Menschen. Und dann waren wir auf einmal 100 befolgen, und ich habe noch geregelt, wort von den Fragen beantworten, die wurde ich dann nicht mit Tid verlaten auf YouTube. Aber ich war noch mal, nicht alle, meinst, dort gut, dass wird das geschät, aber von nur dann, wenn ihr daran denken, kann ihr nach zu schrauben, und dann die Dümmerste hoch, und mir war erst was schicken, und dann wollte ich das proben, zu lesen, und beantworten, so was ich dann kann, aber ich freue mich von Ihnen, und ich wünsche Ihnen allen eine gute Werkung, und dann sehen wir uns weiter. Nächste Werkfläche, oder?